Mein Name ist Kay von CK Records. Ich freue mich Ihnen die Band Humorlos zu präsentieren. Es war mir eine Ehre, Ihren ersten Hit produzieren zu dürfen. Ich habe dies freiwillig gemacht, da ich ein Verfechter von guter Musik bin. Humorlos sind absolute Profis auf Ihrem Gebiet. Danke, dass ich ein Teil davon sein durfte. Mein Name ist C von CK Records. Auch ich freue mich die Band Humorlos präsentieren zu dürfen. Die Band Humorlos sind Musiker und Sänger der absoluten Spitzenklasse. Es war ein Tag, wie kein Nacht lang, als Stefan einsam zu Hause saß. Da dachte er sich, ruf doch an Jan. Vielleicht ist sie heut noch am Start und siehe da, sie hatte Lust und nahm auch gleich den nächsten Bus. Zu Hause ging es gleich los und Stefan gierte nach ihrem Schoß. Die Kerzen an die Stimmung heiß. Und jeder weiß, was das jetzt heißt. Es wurde heißer die beiden Nacht. Und Stefan ging schon richtig ab. Anja stand voll unter Stroh. Doch es fehlte das Kondom. Anja, ich muss jetzt kurz mal weg. Warte doch einfach hier in meinem warmen Bett. Anja, ich komm gleich wieder heim. Dann hab ich auch Kondome dabei. Und Stefan war nicht lange weg. Und wollte gleich zu Amja ins Bett Er hielt sich auch nicht lange auf Öffnete die Tür und wollte zu seiner kleinen Maus Doch im Zimmer siehe da Amja war weg und das Bettchen nicht mehr warm Ey, was ist denn nur geschehen? Wo ist Amja? Ich kann es nicht verstehen Und er rannte plötzlich los Richtung Bahnhof, dort ist die Chance doch groß Amja nochmals zu sehen Zu überzeugen und zurück nach Haus zu gehen Doch Amja war nicht da Schade Stefan, das war wohl nicht dein Tag Amja, ich muss jetzt kurz mal weg Warte doch einfach hier in meinem warmen Bett Amja, ich komm gleich wieder heim Dann hab ich auch Kondome dabei Oh, 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 Kondome dabei Gott, 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 Gott.